So viel zu random, Kids. Bitte draußen, ja, hier, raus, Mücke, ihr gebt sie zu sehen. Diese Bombe, war die überhaupt echt? Weil man konnte sie nicht entschärfen, die war nämlich noch gar nicht aktiviert. Die war aber noch nicht an. Könnte sie armen können, das muss noch ein anderer gewesen sein. Sie hat mich doch getötet. Sie hat mich getötet. Ja, die ist explodiert. Also bei mir, ich konnte sie halt selber scharf machen. Aber Grants wurde, ich bin schon gestorben. Auch durch die Bombe. Ja, siehste. Ich bin Detective. Hey, Dalu. Irgendwann Ralf, und er hat den Shotgun verfolgt mich. Oh Gott, ich traf die Scheiben nicht. Irgendwann schießt er. Haltet den hier schon also ab? Mein Gott. Er schießt auf mich. Ich tue es, weil du Dalu erschossen bist. Wer Dalu erschossen? Ralf. Und Ralf war Traitor. Sehr gut. Tick mal, dann geht doch irgendwo eine Waffe her, wenn ihr nichts mehr rumlegt. Damit ist Krabs vertrauenswürdig. Und Dalu war Detective. Und der hat sich... Och Mann, wieso hast du noch nichts gekauft? Wer wird verfolgt von Shaffi? Äh, du wirst nicht verfolgt, ich geh nur aufs Dach. Wo ist Krabs? Ich bin in der, äh, irgendeiner Etage. Ich versuch wieder hochzukommen. Gibt's nicht irgendeine coole Waffen oder so hier? Ne. Könntest du mit Stein werfen. Galil ist nicht so toll, oder? Grenz ist hier, Grenz. Ja. Zieh nicht so auf mich. Da. Weg. Wo gehst du jetzt hin? Hoch oder runter? Wird eigentlich nach oben, weil unten war ich. Da war da... Und hier ist noch einer? Ja. Ich werde es auch tun. Komm, wir machen Baseball. Dark Hunter hat mich eben schon so auffällig verfolgt. Komm. Das verstehe ich auch nicht. Ich dachte, die Lächse sind unterirdisch. Schnapp dir lieber erst Krabs, Dark Hunter. Kann man den hin und her werfen? Leute, wer schießt denn da? Okay, Dark Hunter ist es. Und noch jemand anders? Nephias meine ich. Ich bin Detective. Okay, wer ist denn hier unten noch? Ah! Ganz unten, Leute. Ganz unten sind sie. Gehen wir jetzt eigentlich alle runter. Das ist voll blöde eigentlich. Okay, Wolfskin. Wolfskin. Wieso schießt ihr auf mich? Was? Wolfskin und der andere. Ich habe nur noch sechs. Ich sterbe gleich. Okay. Ja, da, Kanter. Wir sind ein bisschen eng hier drin. Ja. Ich habe das. Ich habe das. Duffy? Hallo. Hallo. Achso, ja. Oh! Wer war da am Fahrstuhl? Antwort. Ja, da will er aim. Oh, sorry, sorry, sorry. Ich dachte, du bist einer von denen, die nach oben und so. Oh, da Kanter. Pumpt. Okay, da Kanter war böse. Wir leben jetzt noch von den Innos. Das ist super, wenn keiner antwortet. Alter, was ist denn hier passiert? Wo bist du? Noch mal hoch. Ah, komm schon. Ah, komm schon. Gehört, ey. Krabs, neben meiner Leiche lag der Enterhaken. Und du sagst, ich habe nichts gekauft. Der ist direkt neben mir. Achso, ihr habt ja geguckt, wo der ist. Ich wusste, dass Ralf es war. Ich habe zweimal versucht, eine Scheibe zu erschießen beim Laufen. Ich habe es nicht geschafft. Ja, damit ich rausziehen kann mit dem Enterhaken. So, und ich habe zweimal die Scheibe nicht getroffen. Ich dachte, scheiße, ich muss hier raus. Und ich dachte so, wir laufen ein Stück und da ist keiner. Also kann ich ihn ruhig abknallen. Ja, deswegen wollte ich ja schnell weg. Aber dann, wer wird mich grenzen oder Krabs? Wer war es von euch beiden? Krabs hat dich gesehen. Ich habe dich einfach knallt. Ja, der war noch echt gut so. Ich habe dich einfach nicht gesehen, ey. Inno, Tarot, Detective, alles. Ich bin eher Detective. Also ich bin wirklich Inno. Ich werde nur noch Detective. Ich werde nur noch Inno. Nils ist straighter. Wer ist da drüben? Da, Lü. Ich beschütze Krabs. Ja, ja, am Arsch beschützt du ihn. Ich beschütze Krabs. Da auch. Ist Dalu auf dem Dach? Ja, Dalu ist oben. Vorsichtig, ich muss hier runter. Nein, ich habe nichts geworfen. Vorsichtig, ich muss hier runter. Das war ich nicht. Wer ist denn da drüben? Wer hat denn da sich was gekauft? Ach, Dalu ist hier. Dalu, soll ich dir eine Disco rüberwerfen? Ich versuch's. Soll ich dir blaue Bohnen rüberschmeißen? Er ist Traitor. Aber das ist eigentlich unfair, Dalu, oder? Wir können jetzt eigentlich hier hinter stehen bleiben. Ja, aber deswegen können die Traitor doch das auch kaufen. Achso, okay. Die Traitor können auch einen Intagten kaufen. Und das machen wir natürlich nicht. Ist das neu? Ich habe nur mit dir die Gelt. Der ist neu. Der ist neu. Hast du eine normale Pistole? Ey, warte. Ich habe eine Diegel. Mikkel fällt sich sehr auffällig hier hinten. Ja, ich sammle Steine. Steinchen, ey. Ich mache jetzt auch, um auch auffällig zu sein. Rechtsklick war das, ne? Rechtsklick und mit Linksklick, glaube ich, wirfst du's denn hier. Unten im Büro ist einer. Ich glaube, unten wird eine Bombe gelegt. Passt mal. Hier unten sind mehrere. Hallo, hier bin ich auch. Ich habe Ralf am Haken. Ich sehe Krabs. Ja, nee, nee, Krabs hat dich. Ich habe Ralf. Also wir in Ruhe. Steine rüber, pass auf. Hier, friss das. Wenn du hoch springst, kramst, wirst du jetzt zu ihm hingezogen. Einfach nur springen. Aber will ich nicht. Ich habe ihn schon tot an. Ach komm, machen wir einfach mal. Allein mit Schaffi. Bei mir ist springen funktioniert. Nice, Mann. Das war der da drin. Die schlechte. Wenn ich sterbe, ist es Mikkel. Wenn ich sterbe, ist es Mikkel. Ja, wenn er jetzt schwärmst, wäre es wahrscheinlich wirklich ich, weil wir die beiden einzigen hier sind. Da kommt es hier unten. Jetzt sieht die ganze Situation schon wieder anders aus. Good Gaming, sag was. Nils. Hallo, ja, hi, hi, hi. Ja, ich glaube auch, es liegt eine Bombe unten. Nephias ist zum Beispiel der. Ich gehe nach unten. Hier ist Nephias. Nephias war hier unten. Ich höre doch schon, hier ein paar Stimmen fehlen doch schon. Also irgendwer ist auf jeden Fall schon tot. Mikkel ist unten. Nein, ich bin oben. Siehst du, ich stehe hier bei Krabs. Ganz unten soll eine Bombe sein. Dalu oder wo? Zumindest keine Bombe. Hallo? Hey, Detective. Ich glaube, es fehlen schon Stimmen. Ralf. Dalu. Wo hast du denn die Bombe gehört? Zieh doch, Mikkel, zieh doch, Mikkel, zieh doch, Mikkel, Mikkel ist fetter. Ich stehe auf dem Dach. Irgendwann hat es hier geschossen. Hier, Krabs, kannst du bezeugen, ich stehe auf dem Dach. Da drüben. Was? Wie bitte? Irgendwann hat es hier geschossen. Ja, Mikkel ist auf jeden Fall hier. Was macht der da? Er ist das hier. In der dritten Etage. Irgendeiner mit einer Farmers hat geschossen. Wo muss ich lang, Krabs, um die übel Täter zu trinken? Sag mal so eine AK-7. Wer ist da drüben? Grab eine Traitor-Waffe. Er zieht auf mich. Ja, AK-7-40 ist Traitor-Waffe. Wer ist hier Good Gaming? Dark Hunter ist auch Traitor. Drans und Dark Hunter dürfen getötet werden. Wer ich darf getötet werden? Warum das? Weil du auf mich geschossen hast. Ah, die ist leer. Das ist natürlich fatal. Mikkel ist auf jeden Fall innocent. Und wen haben wir dann noch? Kommen wir mal in den Radar. Unten sind noch zwei Punkte. Nee, Quatsch, es sind noch vier. Hat einer auf mich geschossen. Das war ich. Unten haben wir noch vier Lebende. Ich bin noch da. Und Nils hat aber gelogen mit... Krabs, kannst du mal eine Heilstation? Ja, ich lüge gerne mal. Nee, nee. Ich glaube, Nils ist auf jeden Fall heilt. Ja, Nils, schieß auf mich! Kretz, du schießt auf mich, ich nicht auf dich. Du hast angefangen. Da, verrecke. Ihr stellt das einfach zu beide. Naja, ist ja egal. Der, der überlebt, muss hier die andere Leiche durchsuchen und dann wird geschossen. Nephias lebt. Hallo. Wer sagt denn, dass es nicht Nephias ist? Ja, wenn die jetzt beide innocent waren. Ja, wenigstens grenzt zwar Traitor. Wer sagt, dass du es nicht bist? Moment, 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 Moment. Digga, du hast so wenig HP. Ich werde da hinfallen, dass ich gerade gegen zwei Leute gefeitet habe und beide getötet habe. Ja, geh mal hoch aufs Dach, Nils. Ja, okay. Ich bring jetzt... Moment, 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 ähm, wie viele leben bei euch oben, Krabs? Ähm, Nephias und Mikkel sind hier. Er schießt Nephias. Was, warum? Dann ist es nämlich vorbei. Wegen der Mathematik. Der war gut, oder? Der war super, der Schuss. Keiner hat gemerkt, als ich oben Ralf einfach vom Geländer geschubst habe. Ja, ich habe mich auch riesig gefreut, als das passiert ist. Er hatte so einen Stein in der Hand und waren so ein Seil gehangen und auf einmal... Bäm! Zwei Ründchen. Warum suchst du ihn ja nicht zuerst? Nee, erst mal killen. Ich wusste nicht, weil ich von euch beide böse war, verstehe ich. Ja, okay. Ich wusste nur, ihr beiden schießt aufeinander. Aber Krabs, Alter, Krabs hat die AWP überlebt. Du hast mich nicht getroffen damit. Ach so, ah, toll. Ich bin Trader. Detective. Allein mit Dark Hunter, wenn ich jetzt sterbe. Ich bin's und ich glaube, Krabs ist es auch. Krabs und Grants noch, wir drei. Dark Hunter ist es wieder, der ist total verdächtig. Okay, hier sind alle. Alter, lass mich in Ruhe. Wir sind hier für eine Discompulator-Party. Heilige. Heilige. Hier wurde geschossen, irgendeiner ist schon umgefallen. Wir haben auf jeden Fall einen Toten. Ich habe nämlich eine Waffe zu Boden fallen hören. Einer ist auf jeden Fall tot. Was hört der da, du? Das höre ich auch. Ich bin oben. Wenn es oben wäre tot. Warte, nee, ich bin gerade in der mittleren Dinges. Ralfing ist hier oben und da ist einer tot. Okay, dann ist es Ralf. Wie kann ich denn, nein, wie kann ich... Der Detective auch noch. Der Detective ist tot. Doch, alle anderen sind hier unten. Wolfsken, hör auf, Mann. Hier unten sind doch alle anderen. Jetzt hört auf, mich zu schießen, Mann. Das war oben, muss aber ein Traitor sein. Wir sind alle hier unten gewesen. Wolfsken ist hier, er ist Detective. Wir waren alle unten in dieser Party hier. Ich hör auf, mich zu schießen, Wolfsken, Mann. Du bist Detective, ich brauche die noch. Also ich glaube, ich werde auf Ralf schießen. Ja, ich sehe, Ralf zielt auf mich. Grenzen, jetzt hört doch mal auf. Dann lass mich auch mal in Ruhe. Der Detective und ein toter Detective und Ralf. Also der kann ja nicht viel möglich sein. Ja. Der labert nur Kacke heute. Hau jetzt erstmal ab, damit ich mich in Ruhe... Ne, ne, du kommst mit der Treppe runter, kommst, hast ne Kugel im Kopf. Ich bin safe. Wir sind alle hier unten. Nicht mehr lange. Weil, ja, das bestimmt. Wolfsken, bitte nicht so auf mich zielen. Wieso, ich bin der Detective. Ja, aber ich habe Angst, dass ich hier wieder gerandom killed werde. Ey, ey. Da war ja, da war ja, da war gut, ne. Der hat einen Grapple-Hook. Schaffi. Nefias hat Schaffi erschossen oder gefunden? Nein, gefunden. Hier unten, wo wir alle stehen. Dalu, du hast geschossen. Wo soll das stehen? Dalu ist es, man. Dalu hat gerade geschossen. Ne, hier ist Wolfskin. Wo ist, wo ist der andere? Wo ist, ähm, Ralf? Ralf ist geflohen. Da ist Grenz. Wo ist Ralf? Ralf ist geflohen. Wo ist eigentlich Good Gaming gestorben? Dalu zielt auf mich. Ne, ich bin schon wieder runtergegangen. Wo ist denn, wo ist denn Good Gaming gestorben? Alter, da unten wird geschossen. Hier unten wird geschossen. Ganz unten, ganz unten. So, ich sehe das. Dark Hunter war das. Ja, der hat auf mich geschossen. Okay, Ralf hat auf mich geschossen. Ja, natürlich. Ich hab nicht auf dich geschossen. Ich glaube, der hat auf mich geschossen. Äh, nein. Doch hast du, oder? Am Arsch, du bist der Traitor, wenn du das sagst. Ich habe doch nur den Deagle-Schuss gehört, aber du hast mich ja nicht getroffen. Achso, es sah so aus. Hier unten. Dark Hunter und Dalu, ey. Beide. Was geht denn hier unten ab, Alter? Und wen hast du jetzt unten gesehen? Auf wen darf ich schießen? Wo ist Ralf überhaupt? Ralf und Dark Hunter waren hier unten. Haben sich duelliert. Okay, Ralf, jetzt reicht's. Schon wieder auf mich geschossen. Crap schießt auf mich. Halt, wer schießt da auf mich? Schnell weg hier. Wir schießen hier auf wen gerade? Irgendwann hat auf mich geschossen. Crap's war Traitor. Crap's war Traitor? Zeig mal seine Leiche. Ist das hier seine Leiche? Steht oben rechts. Warte, ne, jetzt. Okay, Mikkel ist es. Und Mikkel ist hier in der ersten Etage. Hilfe, erste Etage. Hilfe. Wulfskin, da kannst du mich heilen. Hilfe, Hilfe. Ich glaube, es sind Mikkel und Dalu noch. Er ist hinter mir. Nein, ich glaube, es sind zwei Traitor schon tot, oder nicht? Ich sehe dich, Dalu. Nein, hier ist Mikkel. Töte ihn. Okay, Dalu schießt auch auf mich, Wulfskin. Ja, verstehe. Das ist gelogen. Das weiß ich nicht so genau. Ich glaube ihm nicht. Das ist klar, dass du ihm nicht glaubst. Mikkel, weißt du, wo Craps gestorben ist? Craps? Keine Ahnung. Ist Grants jetzt tot? Ja, ja, klar. Ein identifizierter Traitor. Identifizieren wir die anderen Leichen. Mach ich. Ich hab Craps gefunden. Er war Traitor. Ich meine die anderen Leichen. Craps war's. Wer verliebt denn überhaupt noch? Alle Traitor und Wulfskin. Das heißt, wir müssen ihn jetzt aus deinem Loch holen. Hast du eine Waffe, Craps? Brauchst du irgendwas? Da kommt er. Alle lau, hinterher! Hier! Der ist unten! Nein! Ich hab erst nicht erkannt, dass Mikkel gefragt hat, wo ist denn deine Leiche? Und dann dachte ich so. Sorry, Grenzmann. War ja wieder typisch. Ja, ich hab mich nur gewundert, weil du hast so oft auf mich geschossen und dann war's mir irgendwann genug, dann hab ich dich gekillt, ey. Letzte Runde. Ich wusste, mich haben drei Leute angeschossen. Vier Leute sogar. Und waren heute gar nicht. Nochmal. Wer gestorben ist, darf nicht mehr reden. Irgendwann drehst du doch da durch, was ist total wichtig. Das ist echt total wichtig. Und dann noch zweimal nachfragen, warum ich ihn getötet habe, ist sinnlos. Weil Traitor. Warum hast du mich getötet, ey? Und ich wollte nichts sagen, weißt du? Weil sonst müssen die alle nicht Traitor werden. Aber Craps, du bist fast immer Traitor. Ja, Craps, ey, der hat irgendwie hier den Hack raus. Traitor-Hacks. Craps ist es. Ich bin Innos, ey. Craps ist frei zum Abschuss. Gaming. Ja, hi. Geht immer gegen die Tür, ey. Hau mal ab. Meine Tür, meine Tür. Danke. Meine Tür. Wer hat ne Diegel? Wer hat ne Diegel für mich? Du nicht. Ich bin Inno. Darf man eigentlich den Giftpfeil heute benutzen? Nein, nein, kein Giftpfeil. Wenn ich tot bin, ist es rei... Alter, und der hinter dir mit dem Dings, mit dem Crowbar hier. Ich hab aber dann... Der ist verdächtig. Dem trau ich schon die ganze Zeit. Ich mein, der ist so cool und rennt nur mit einer Crowbar rum. Da Kantas Detective... Ja, du hütest mit der Shotgun beim Detekt. Was macht das? Ja, ich beschütze ihn. Alter, wer hat hier geballert? Ja, du weißt doch wer. Der andere Traitor kommt nur von dir. Von dir. Hast ne Scout von dir unten geschossen? Good Gaming hat die Luft geschossen. Hat er wen erwischt? Ja, Gott. Ja, Gott. Der hat den Engel erschossen. Äh, da Kantas ne Deagle als Pistole. Äh, weiß ich nicht. Wenn du kein Traitor bist, musst du... Ist das ne Deagle? Weiß nicht. Wen? Kann ich nicht sehen. Ich hab dann den Blocking geworfen. Nein. Können ja mal ein bisschen nervöse Stimmung machen hier. Ja. USA. USA. Das war. Ich muss mich hier die ganze Zeit mit ner... Mit Art auch Pflanze zu machen. Oben wird doch alles erschossen. Nein! Heilige! Unter! What? Von wo? Die war unten sogar. Na dann. Halt. Sind doch fast alle tot jetzt. Ne, äh, da kann das sogar... Ich glaube es war Wolfskin. Nein. Äh, nee, war ich nicht. Ist hier oben jemand tot? Ich kaufte meinen Radar. Nein, hier oben ist keiner gestorben. Herr Dahl, geh doch mal aus meinem Rücken weg. Erst vorstandest du vor meiner Franz. Ich wollte geradeaus gehen. Oh, drei Traitor auf dem Dach. Und alles, was jetzt noch unten ist, muss noch Traitor sein. Ralf hat hier ne Bombe gelegt. Aber ich werd sie nicht entschärfen, weil ich bin mir da zu fein für. Ja, hier schaff ich. Tafi hat mich getötet. So, ich hab hier noch jemanden. Ne, Fias, zwei Traitor sind tot. Ein Traitor nur noch. Warum? Das kann doch ne Weile so weitergehen. Dahlu. Warum schießt ihr aufeinander noch? Ja, ich hab ihn. Ah, okay. Was war das denn für ne Heilige? Ich muss von, ich will nicht umbringen sollen. Ja, ey, du bist aber auch. Du hast ihn. Ich hab die Heiligen aufzug geschmissen und aufzug runterfahren lassen. Aber du hast deinen Traitor-Kollegen gekillt damit. Oh, scheiße. Was eine Map, ey. Mit zehn Leuten. Echt, du bist aber auch. Ey, nur Action mit zehn Leuten. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao. Äh.